Teil 33 Lisboa Connection, Dienstag 19 Uhr Chrissy saß seit Stunden am Terminal. Sie war im Chatroom und wartete immer noch auf ein Zeichen. Seit einer Stunde fixierte sie die untere Ecke des Monitors und kontrollierte die Zeitanzeige. Heute stand die Welt still. Um 19.15 Uhr poppte ein Fenster auf. Hier ist Frog. Wo sind die anderen? Keine Ahnung. Das musst du doch wissen. Was ist passiert? Warum bist du so spät? Ich hab mich verrechnet. Verrechnet? Die verdammte Zeit. Ich hab mich vertan und Red den Impuls viel zu lange gegeben. Ich hatte hinterher einen regelrechten Knockout. Bin selbst schuld. Und was ist mit Blue und Red? Ich bin im Wäscheschrank zu mir gekommen. Keine Ahnung, wie ich da hingelangt bin und was mit den zwei los ist. Okay. Du transmäckst und wir suchen sie. Mach schon. Am Freitag findet im Viertel ein Straßenfest statt. Komm doch mit deinen Freunden vorbei, rief Joaquin Chrissy nach. Danke, vielleicht. Draußen zerrte sie ihr Handy aus dem Rucksack und klickte auf Madisons Nummer. Hi, ich bin's. Green ist bei mir. Wo steckt ihr? Ich bin gerade in die Victoria Line Richtung Norden eingestiegen. Raymond und ich haben uns getrennt. Ach du Arme, ich komm dich trösten. Warte, man darf dich auf keinen Fall erkennen. Alles klar. Sie spurtete zur U-Bahn-Station. Walthamstow, Dienstag, 19.20 Uhr Reading tippte die ganze Fahrt über in sein Mini-Notebook. Die Tasche hatte er zwischen die Beine geklemmt. Kurz vor der Endstation Walthamstow Central versetzte der Parapsychologe sein Notebook in den Ruhemodus, klappte es zu und stand auf. Reading erwischte das letzte freie Taxi. Madison konnte gerade noch die Adresse hören, die er dem Fahrer zurief. Walthamstow Stadium. Dann brauste die Cap davon. Ärgerlich blickte Madison ihnen nach. Verdammt, was jetzt? Neben dem Taxi-Stand war eine Bushaltestelle. Der Busfahrer ließ gerade den Motor an. Klar hält der Bus am Stadion, brummte er freundlich. Steigen Sie ein! Sie setzte sich und tippte ein SMS-Update für Chrissy und Raymond. Raymond simste sofort zurück. Bei ihm gab es nichts Neues. Madison sah das Eingangstor schon vom Bus aus. In riesigen roten Leuchtbuchstaben prangte der Schriftzug Walthamstow Stadium über dem Eingang. Ein dahinrasender Windhund war in Leuchtröhrenform in der Mitte des Schriftzugs verewigt. Du liebe Hühnerkacke, hier fanden Hunderennen statt. Tim Burns Und er tat es gerne. Jetzt hatten sie ihn nach London geschickt und zur Zusammenarbeit mit Reading, Arthur Reading, verdonnert. Ein durchgeknallter Typ. Der alte Fuchs hatte sich im Laufe der Jahre eine Top-Tarnung als Parapsychologe aufgebaut. Burns glaubte, dass Reading seinen Esoterik-Krimskrams lieber machte, als die richtige Arbeit für die Bosse. Bei ihrem ersten gemeinsamen Auftrag war schon einiges schiefgelaufen. Ha! Schließlich führte auch Reading das Kommando. Ihr Observationsziel war Carlo Gelber und sein Handwerkszeug, der Quantenrechner. Wie hatten es die laschen Europäer geschafft, einen einsatzbereiten Quantenrechner zu bauen, ohne dass das Syndikat rechtzeitig davon erfuhr? Was planten die Europäer mit dem Teil? Diente er dazu, den weltweiten Informationsfluss zu kontrollieren? Der Rechner war sicher verdammt schnell im Dechiffrieren und Filtern. Gefährlich schnell. Und das europäische Geheimprojekt, was für ein Süppchen wurde da gekocht? Sehr suspekt. Für die Bosse gab es zu viele offene Fragen. Reading und er hatten vergeblich versucht, an Carlo Gelber ranzukommen. Auf den ersten Blick wirkte Gelber locker, war aber verschlossen wie eine Auster. Er war einer von diesen jungen IT-Karrieristen, dynamisch, fokussiert und aalglatt. Bei so einem Typ kam man mit der sanften Tour nicht weiter. Reading hatte vom Syndikat den Tipp bekommen, dass eine Cousine von Gelber nach London käme. Er sollte über das Mädchen an Gelber herankommen. Arthur wollte den Teenager mit seiner Esoterikmasche einlullen. Na ja, der Schuss ging nach hinten los. Die Teenies, ihr britischer Freund, wie ich ihr nie von der Seite, hatten spontan eine starke Abneigung gegen Reading entwickelt. Wen wundert's? Der Alte hätte auf ihn hören sollen. Der kleinen Gerber gleich nach ihrer Ankunft in Stansted ein bisschen Crystal andrehen. So funktioniert das. Das Suchtpotenzial des Stoffs war phänomenal. Wie ein Hündchen würde sie ihn jetzt aus der Hand fressen. Aber Reading bestand auf die altmodische Methode und schickte Tim zum Flughafen. Burns sollte sich im Airportbus neben sie setzen und die Kleine in ein Gespräch verwickeln. Ganz unverfänglich. Am Anfang hatte es ganz gut geklappt, aber bald hatte sie keinen Bock mehr. Sie fummelte die ganze Zeit nervös an ihrem Ohr herum, behauptete, ihr wäre schlecht, und setzte sich nach vorn, direkt hinter den Fahrer. Dumm war sie ja nicht. Am Theater hatte dann Reading übernommen. Der Alte war mit Annabelle in die Vorstellung rein. Ein albernes Kindermusical. Natürlich hatten die zwei auch kein Glück mit der kleinen Gerber. Mittlerweile hatte Reading es wohl aufgegeben. In seine neuen Pläne hatte er Burns allerdings noch nicht eingeweiht. Reading mochte ihn nicht, fürchtete vielleicht die Konkurrenz. Immerhin hatte Burns den MI6-Informanten dazu gebracht, die wertvolle Kugel aus der Hochburg Voxhall zu schaffen. Die Bosse vermuteten, dass das Ding aus einem neuartigen Material bestand. Ein Werkstoff, dessen Härtegrad konventionelle Waffen wesentlich effektiver machen könnte. Ein stolzes Lächeln huschte über sein Gesicht, das gleich wieder verschwand. Er hatte Reading die Kugel überlassen müssen. Das Aas überbrachte die Ware dem Boss ohne ihn. Der Alte würde sicher alle Lorbeeren für sich einheimsen. Nun, er konnte es nicht ändern, aber er würde sich gründlich dafür revanchieren. Bald. Er spürte ein leichtes Zwacken am Rücken. Ein unangenehmes Gefühl. Es musste ihn jemand beobachten. Bedächtig holte Burns sein Handy heraus. Es war mit einer digital gesteuerten Schwenkkamera ausgestattet. Er scannte unauffällig die Umgebung. Ein Junge, um die 16, stierte immer wieder zu ihm herüber. Burns entschloss sich auszusteigen und auf die nächste Bahn zu warten. Er hatte Zeit, ob der Junge ihm folgen würde. Das war Teil 33 von Scromax London, die Suche. Alle Hörbuchteile zum freien Download auf Scromax.de www.scromax.de www.scromax.de